Auf der Suche nach Ihrem neuen Auto können Sie diesen Kia sicherlich nicht übergehen. Er hat einen Benzinmotor und ein manuelles Getriebe. Im Fahrzeuginnern dieses Kia finden Sie unter anderem eine Klimaautomatik, einen Regensensor und einen Bordcomputer. Möchten Sie dieses Auto selbst erleben? Dann klicken Sie hier, um einen unserer Mitarbeiter zu kontaktieren.